Achterbahnfahrt in DaddyLongLegs. Punktes Video bis zum Ende der Rest ein Like, Abo da, let's go! Ja! Was geht ab, mein Lieber? Das ist ja ein Mega-Hagiwagi da oben. Ich sag's, Jungs, den... Ja, und dann müssen wir jetzt hinfahren mit der Achterbahn, denn danach werden wir nämlich zu... Ich weiß, wir werden heute... Ja, was willst du sagen? DaddyLongLegs, ich weiß, wir werden heute ganz schön viele Poppy Playtime-Charaktere sehen und... Aber nur wenn wir Hagiwagi schaffen, äh, geht's auch zu DaddyLongLegs. Ich glaube, hier ist ein bisschen Stau, Kasper. Warte mal, pass auf, ich zeig dir mal... Warte mal, ich mach mal hier ein bisschen Speed bei dem einen Typen hier. So, gib mal Gas da, so, jetzt Vollgas hier. Ich kaufe mir schon mal in der Zeit grad Poppy. Ja, mach mal hier. Ich zeig dir einen kleinen Poppy, der mich verfolgt. So, zack. Oh Gott. Ja, okay, jetzt komm schon. Weg da! Weg mit dem davor! Ey! Warte, nicht Gas, nicht Gas! Mach ruhig, nicht, dass wir dich entgleisen oder sowas. Ey, weg da! Hä? Hilfe! Was soll das? Hä? Au! Wo bin ich denn jetzt? Hey, ich lieg hier! Komm, schnell, Kasper, komm rein! Oh, okay, okay, okay! Ich bin drin! Fahr los, fahr los! Hä? Das ist Einsitzer! Das ist ein Einsitzer oder sowas! Du stehst auf mir drauf oder so! Ja, ich weiß! Das ist aber so ein Einsitzer... Okay, jetzt schön, jetzt schön! Aber es geht eigentlich ganz klar! Ich muss sagen, es sieht ganz gut aus! Ey! Nicht bewegen, Kasper! Ich mach gar nichts! Ich bleib stehen, aber ich hab das Gefühl, ich fall gleich runter! Ja! Ich hab auch Angst bei sowas! Hagi verfolgt mich einfach! Ich dachte, du hättest dich auch als Hagi verkleidet! Ne, dachte ich auch, aber es ist nur so ein Haustier, was hier verfolgt! Ah, okay, okay! 200 Robux, so ein Haustier hinter mir! Ah, du hast sogar noch 200 Robux ausgegeben! Ey, aber ich muss sagen, wenn wir so weiter fahren, dann müsste es ja klar gehen eigentlich da oben, ne? Ja! Oh mein Gott! Guck mal nach oben! Ich weiß, was da noch alles kommt! Okay, ich glaube, wir können ein bisschen schneller... Ja, nicht so viel! Ja, einmal! Ich hab immer einmal geduld! Es ist auf jeden Fall echt schwer, da vom Spawn loszukommen! Ey, da ganz oben fährt auch schon einer gerade mit so einer... bei dem Slalom da oben! Siehst du das? Was glaubst du? Was ist denn Haggismund drin? Oder vor allem erstmal Daddy Longlegs? Ich sage dir... Ja, ich weiß halt nicht... Also ich... Ich hab dir das ja gesagt vor der Aufnahme, dass wir Daddy Longlegs treffen werden! Aber ich glaube, dass wenn wir bei Hagi reinfahren, dass wir dann den Vater treffen werden! Nein, 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 nein! Wir haben hinter uns einen... Oh nein, von Baby Longlegs! Ein Rüpel ist hinter uns! Aber nicht, dass der uns jetzt reincrasht! Oh nein! Sag mal, kannst du nicht mal ein bisschen Platz machen da? Bei deinem Ding? Nix da! Ich hab einen dicken Himmel! Sag mal! Was machst du? Ich mach gar nichts! Wir sind da grad nicht hochgekommen! Wir sind echt gar nicht hochgekommen, na? Oh, ich glaube, jetzt entgleisend da ist! Der fährt grad ein bisschen leiser! Bei mir überlegst du die auch die ganze Zeit! Ich weiß, bei mir auch! Ich hab halt auch Angst, hier jetzt rauszufallen, sag mal! Alter, wir sind grad schon wieder fast runtergefallen! Wenn wir jetzt hier runterfallen, ist gar nicht cool! Oh mein Gott, stoßen wir doch gleich den Kopf! Hey! Oh nein! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind hier draußen! Wie? Du bist irgendwie außerhalb vom Kart, hinter dir! Nein! Ich bin drinnen im Kart! Bist du auf Poppys Höhe! Guck mal, der fährt ja auch! Oh mein Gott! Ey, wir haben uns einmal eben nach hinten gelehnt, ne? Hast du das gesehen? Ich weiß! Wir sind fast nur... Nach hinten sind wir fast gefallen, ne? Ja, Alter! Was kommt denn da oben alles noch? Wie lange sollen wir denn jetzt hier noch fahren? Es soll doch... Äh! Nein! Das ist immer gruselig hier, sag mal! Das ist schon ein bisschen crazy, ne? Dass wir jetzt hier vielleicht fast nach hinten gefallen... Hast du da drauf gedrückt? Mach nicht schneller! Nein! Ich hab nichts gemacht! Ey, wir müssen jetzt deswegen runterfallen, ne? Ich mach langsam wieder einen! Wir müssen alles nochmal neu fahren! Ich mach langsam mal einen wieder! Jetzt sind wir wieder normal! Okay! Besser ist das auch, ne? Ich hab ein bisschen Angst jetzt bei dem Slalom! Ich hab ein bisschen Angst bei dem Slalom da gleich! Weil ich... Ich steh halt so hoch und ich hab Angst, dass ich runterfalle! Ich hab halt Angst, dass wenn wir jetzt draufdrücken... Ja! Das ist dann noch schneller! Aber ne, ich mach's lieber nicht! Ne, lieber nicht! Lieber nicht! Jetzt sind wir schon so lange gefahren! Ich wollte grad sagen, ich frag mich, ob wir jetzt ein oder zwei Mal draufdrücken... Nein, nein, nein! Meinst du nicht? Nein, mach nicht! Okay! Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, zu riskant! Aber meinst du, du könntest aus... Ja, das Problem ist, dass das halt... Du sitzt halt auch alleine, ne? Du kannst aussteigen! Du kannst aussteigen! Ich will nicht! Hier falle ich durch so ne Ritze durch! Oh mein Gott! Was ist, wenn ich mir hier den Kopf stoße auf einmal? Ja, woher... Was denn? Bist du irgendwie... Alter! Alter! Oh mein Gott! Okay, bis jetzt... Oh, wir sind jetzt schon auf Haggis Füßehöhe! Ja, ja, ja! Noch ein kleines Stück, dann haben wir das! Das ist ja richtig cool! Ey, aber was kommt... Wie lang ist denn der ganze Weg da oben noch? Sag mal! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Das ist echt richtig cool! So, komm schon! Oh, sehr gut! Ja! Oh! Auf einem sehr, sehr guten Weg, Leute! Oh, ich habe auch Angst, dass ich hier runterfalle oder sowas! Da habe ich auch ein bisschen Angst davor, muss ich sagen! Wenn ich jetzt runterfalle, muss ich von ganz, ganz unten wieder anfangen, ne? Hihi, das wird... Stell dir das mal vor, ey! Das gönne ich dir auch nicht! Das wird richtig belastend! Das gönne ich dir dann auch nicht! Ich würde dann fahren! Aber, weißt du, was Gute ist? Wenn du Hagiwagi berührst, bin ich automatisch auch bei Daddy Longlegs oder wo auch immer, ne? Guck mal nach unten, weil wir schon gekommen sind, ne? Ja! Das geht richtig schnell hier eigentlich! Echt richtig crazy! Ja, zu viel ist es eigentlich auch gar nicht mehr! Ne, ist auch gar nicht mehr so viel! Aber, hättest du mal noch ein eigenes Card gehabt, der hättest... Hahaha! So, ausschneig jetzt! Hallo! Hör auf damit! Du steigst jetzt sofort aus! Hör auf damit! Du steigst jetzt sofort aus! Lass mir atmen und banne dich! Alter! Hör mal auf! Was, Digga, bist du so unkorrekt? Was direkt bannen? Ja! Du kannst doch nicht einfach das Ding hier schaffen! Ich klau einfach so ein bisschen was zu... Ich glaub, Pausenbrot und du sagst auf einmal... Du darfst ihn abschalten! Also wirklich, ich klau Pausenbrot, Digga, genau so war das! Und auf einmal sagst du, ja komm nicht mehr zur Schule! Ist klar! Pausenbrot! Also ich klau dir gleich mal dein Pausenbrot! Pfff! Das mach ich! Dann auch noch! Dein Pickup! Das machst du nicht! Das machst du nicht! Dein Babybell, ja? Fähr die Fuchs! Jetzt hörst du auf! Jetzt hörst du auf! Auf den Joghurt, auf den Tretich! Weißt du, was ich bei dir mache? Hey! Warte! Halt an! Halt an! Halt an! Du bist so ein Hund! Warte! Was warst du Hund? Digga, du hast mich untergeschubst! Warte, ich bin aber gut gefallen! Ich mach Pause! Mach Pause! Meine Ohren! Du hast so laut geschrien! Ich hab mich voll erschrocken auf einmal! Oh mein Gott! Warte, ist das so? Wir haben jetzt... Schnell beeilen dich! Da kommt die Vermittler! Ich zieh durch! Ich zieh doch durch! Was soll ich machen? So, zack! Oh! Das ist hier nicht ganz so ohne! So einfach sieht das hier nicht aus, mein Lieber, ne? Lauf du doch mal hier lang! Alter, ist das so... Wie sollt der sich einlaufen? Der macht Vollspeed! Nein! Die machen Vollspeed! Ich komm! Ich komm! Beeil dich jetzt! Ich komm! Warte noch, warte noch! Los, komm jetzt rauf jetzt! Okay, Vollgas, Vollgas! Jetzt gib ihn! Okay, los! Oh mein Gott! Da kommen die da, kommen die! Alter, das war so knapp gerade! Alter! Also wenn die ein bisschen mehr... Wenn die ein bisschen mehr Geschwindiger machen, müssen wir halt leider ein paar Pfeile nach oben drücken! Ist aber nicht so schlimm! Ja, okay! Mal gucken, ob wir das überleben dann! Also ich weiß auf jeden Fall, wer der allererste ist, der rausfällt und das bin nämlich ich, ne? Das ist halt das Problem! Ja, das ist das Problem! Ja, safe! Als wenn du hier auf einmal rausfällst! Du hast sie, Alter! Wir sind jetzt aber schon auf Hagis Händehöhe! Ja, stimmt! Auf den Knien fast schon, ne? Hallo! Was machst du denn schon, Alter? Ich mach gar nichts! Guck mal, wie nah die schon sind, Alter! Also sowas wie eben dürfen wir uns nicht nochmal erlauben! Auf gar keinen Fall! Ich meine, ich bin ja nicht runtergefallen! Du bist runtergefallen! Ich bin durchgefallen! Mein Gott! Stell dir vor, ich wäre doch ganz unten gefallen! Durchgefallen wie bei der Fahrprüfung! Also ich bin... Ich bin nur bei der Theorie das erste Mal durchgefallen! Da kann ich doch nichts dafür, sag mal! Du bist bei der Theorie durchgefallen! Das ist 8 von 7 Fehlerpunkten! Mein Gott, mit einem Punkt bin ich durchgefallen! Ja, was?! Als wenn du beide beim ersten Mal geschafft hast, die Praktische und die Theorie... Ach, vielleicht für ein Dreirad oder so, aber nicht fürs Auto! Nee! Siehst du den Mond da unten? Wir sind über dem Mond! Warte mal, wo ist denn der Mond? Wir sind über dem Mond! Da merkst du schon, dass da irgendwas keinen Sinn macht, ne? Ja, wir sind... Die willst dann über dem Mond sein! Oh! Oh! Ah! 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 Nein! Was hast du gemacht? Nein! Es war nicht meine Schuld! Jetzt hänge ich hier fest! Was war... Weißt du was? Ich lauf den Rest! Ist doch egal, dass du da festengst! Ist mir doch egal! Ich lauf jetzt den Rest! Hä? Ich schaff das jetzt auch! Das Ding ist, wir kentern... Guck mal, die kommen jetzt nicht weiter, ne? Oh ja, stimmt! Lass mal kurz zugucken! Lass mal kurz zugucken! Hä? Wo ist dein Kart? Ja, der Kart ist weg! Was? Oh mein... Ah nein, das heißt... Warte mal, wir müssen gleich auf sie raufspringen! Wir müssen deren Kart gleich kapern! Wir kaffern das gleiche Strat! Okay, okay, okay! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin ein runtergefallen! Wie... Wie schlecht kann man denn sein? Du musst doch nur laufen! Digga! Ich hab irgendwie... Weiß ich auch nicht! Ey, der überholt mich! Da ist er! Oh mein Gott! Ja! Ich sitz bei ihm drin! Yes! Hau ab da oben! Ja, er ist korrekt! Er ist richtig korrekt gewesen! Oh oh! Wir holen dich! Lauf mal schön! Lauf mal schön! Nein! Vielleicht können wir dich ja mitnehmen! Vielleicht können wir dich ja mitnehmen! Ich hab Hagi! Ich hab Hagi-Power! Ach, was willst du mit Hagi-Power machen? Sag mal! Ja gut, dann musst du im richtigen Moment hochspinern, dann geht das! Nicht in der Kurve! Nicht in der Kurve! Nein! Nein! Was? Nein! 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 Was denn jetzt passiert? Der liegt da... Wir hängen Feige! Ich sitz halt noch drin! Der Arme ist wahrscheinlich richtig sauer gerade! Der hat die ganze Fahrt gemacht ohne dich! Den kommst du rein in den Seitenkopf wieder! Ey! Wie kriegen wir uns jetzt gedreht, dass ich ohne dass ich roter fall? Ähm... Ich glaube... Kannst du hier auch fangen? Irgendwie? Ja! Ja! Egal, egal! Dann gehen wir uns zu Daddy-Long-Legs! Let's go! Yo! Guck mal! Guck mal ganz deine Daddy-Long-Legs! Das sieht richtig crazy aus! Alter, was glaubst du passiert, wenn man in den Reihen fährt? Was glaubst du passiert dann? Ähm... Ich glaube, dass es mir richtig crazy aussieht! Ja! Ja, ich hol mir hier mal einen Kart! So! Ja, sehr gut! Und Absprung! Oh mein Gott! Jetzt fahren wir sogar zusammen! Ja! Jeder mit einem! Sehr gut! Aber... Ich hoffe mal nicht... Oh nein! Da oben steht einer! Der steht still! Hä? Hä? Was macht der? Und wie geht denn überhaupt die Strecke hier weiter? Sehe ich gerade! Wieso? Wie geht die Strecke weiter? Hä? Was ist denn so langsam vor mir? Sag mal! Komm! Brems! Was machst du denn? Hä? Was macht die? Wo sind die jetzt hin? Lol! Ja, safe! Bisher sieht es ja ganz gut aus! Äh? 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 Oh mein Gott! Alter! So eine Geisterstrecke auf einmal! Hä? Guck mal! Bei mir ist vorne die Schiene und endet sich auch jedes Mal von gelb auf rot! Oh mein Gott! Ich habe ungefähr viermal Geschwindigkeit gerückt! Ich bin ziemlich schnell jetzt! Als ob! Warum war es so schnell? Oh mein Gott! Ja, damit ich schneller bin! Guck! Ich werde nicht zehn Jahre warten müssen! Sag mal! Ich bin auf dem Weg! Ich bin hinter dir! Oh nein! Du kriegst mich aber nicht mehr! So! Wir holen jetzt der die Longlegs! Nee! Let's go! Man! Oh mein Gott! Hier oben stehen hoch hier! So! Hier lang! Und? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Pass da bloß auf! Sag mal! Hör auf da jetzt! Du bist jetzt schon fast zu schnell wie ich! Noch ein schneller! Hör auf! Hör auf! Mach ein schneller! Habe ich! Habe ich! Alter! Noch ein! Hör auf jetzt! Sag mal! Noch ein! Nö! Jetzt ist mir das zu blöd! Weißt du was? Komm crash doch rein! Ich hoffe du crashst! Was machst du denn? Hey! 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 Du bist doof! Ja selbst schuld! Selbst! Weißt du wenn du so Faxen machst dann mach ich halt! Wie kann man so unkorrekt sein? Ja! Was soll das? Ich würde sagen! Daddy Long Legs haben wir heute leider nicht geschafft! Das war zum ersten mal was wir in Cartwright nicht geschafft haben! Daddy Long Legs in Cartwright haben wir nicht geschafft! Das Problem ist der Typ hier steht die ganze Zeit und ist die ganze Zeit im Weg! Ja! 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 Das geht alles gar nicht mehr! Wir brauchen uns gar nicht probieren! Aber ich würde sagen versuchen wir uns mal anders nochmal! Vielleicht bei Mommy Long Legs oder so! Ohhhh! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machst du denn hier? Was hast du da oben gemacht? Boah! Ich wollte da oben was gucken! Ich bin da eben mit so einem Auto hingefahren! Aber da war gar nichts! Hä? Also da war nichts! Da war nichts! Lass mal gucken gehen! Vielleicht habe ich auch nur verguckt aber irgendwas war da oben! Ich bin da oben jetzt hier gerade! Also! Sei ein Trolle! Befasse dich mit Trollst! Mhm! Okay! Also ein Schaff! Warte mal! Hier ist ein grüner Knopf! Was passiert? Oh mein Gott! Was ist denn das für ein Ding? Warte mal! Ich kann damit aber nicht fahren! Warte mal! Das muss man irgendwie erst aktivieren! Was steht da? Generatoren wechseln! Ich wechsle gerade mal ganz kurz! Ja! Jetzt ist es angeschlossen! Oh nein! Du bist zu schwer! Du bist aussteigen! Ich bin nicht zu schwer! Du bist kaputt gemacht! Mach wohl ein neues Ding! So! Ich mach kurz Generatoren wechseln! Und jetzt gib ihm! Und los geht's! Gib Gummi! Warte! Du musst öfters! Du musst hinten bleiben! Man kann nur zu zweit fahren glaube ich! So! Ja! Okay! Du steuerst! Du steuerst hinten! Ich steuer hinten! Ich habe gar keine Kontrolle! Was musst du da machen? Oh nein! Sehr wichtig! Bitte schieß nicht! Oh Gott! Oh nein! Mann! Du bist so schnell Kaspar! Bro! Ich kann die Geschwindigkeit von dem Ding gar nicht! Hey! Ich bin Nu! Weil du runtergefallen bist! Wie nun! Was denn? Okay komm! Geh du mal vorne hin! Jetzt geh ich mal hin! Generator! Warte! Steuern umzuschicken! Generator! Wechsel! Und zack! Genau! Jetzt ist der Zustand auf grün! Jetzt kann ich hier anscheinend easy losfahren! Aber vorsichtig! 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 Der ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen größer als der eben! Wir werden am Ende einfach noch auch noch so einen Turbo Wagen kaufen! Warum wackelt der so? Alter! Davor habe ich ein bisschen Angst! Ich habe Angst! Ich habe Angst! Wieso? Ich chill hier einfach nur so! Oh mein Gott! Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen! Ich habe es gesehen! Hier geht es vorsichtig rum! Da ist jemand runtergefallen! Links habe ich gerade gesehen! Oh nein! Oh stimmt! Jetzt geht es hier weiter! Vorsichtig! Oh nein! Ich sehe gerade was hier alles ist! So Looping und so was! Scary Tunneleingang! Hä? Oh! Was ist das denn jetzt? Warte mal! Warte mal! Hä? Mach den Generator an! Warte mal! Ja ich musste was gucken! So alles gleich! Mach ihn wieder an! So zack! Du hast ihn ausgemacht! Oh nein! Er ging nicht mehr an jetzt oder was? Ich mache nochmal! 3, 2, 1 und! Ja! Oh Gott sei Dank! Der brauchte zwei Starts! Der muss also mehrmals! Also echt! Das ist auch so ein altes Ding jetzt hier! So ein alter Traktor oder sowas! Ein alter Traktor jetzt hier! So aus dem Weg jetzt hier! Ja aber hier geht doch klar jetzt! Hier ist doch klar! Hier ist auf jeden Fall ein bisschen... Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir so... Du bist so schnell! Du bist so schnell! Du bist so schnell! Ich bin doch nicht so schnell! Ich fahre in meinem eigenen Tempo hier! Ja ja! Alles hier die Leute! Weißt du was mir aufgefallen ist? Wir können einfach wenn wir auf irgendwas zu fahren einfach schnell den Generator ausmachen und dann rollen wir nur noch zum Ziel! Stimmt! Ob das so schlau ist weiß ich aber noch nicht! Weiß ich auch! Oh mein Gott! Oh nein! Nein! Oh! Mann! Was sollte das denn werden? Verdammt! Ey das war... Ich bin immer noch genug! Ich fahre voll lang! Mann! So ist hier schön an der Weiche vorbei! Okay aber wie funktioniert das mit der Schaukel jetzt da vorne? Hä? Nein! Gebi! 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 Einfach Gas! Einfach Gas oder was? Nein! Oh! Ja! 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 Oh mein Gott! Digga! Warum kam die denn jetzt gerade? Weiß ich glaub ich bin kurz drüber oder so kein Muss ja! Keine Ahnung! Oh mein Gott! Alter! Okay das war einfach! Auf einmal kam die! Ey das hätte jetzt echt böse sein! Das hätte... Gut dass ich rückwärts gefahren bin! Gut dass ich rückwärts gefahren bin! Gut dass ich rückwärts gefahren bin! Na ja komm komm komm! Und jetzt? Jetzt fährt da so ein Fahrschl runter! Ah! Auf dem musst du jetzt genau drauf! Du warst auch nicht zu weit fahren! Wenn du zu weit fährst! Ah! Okay! Dann war es das mit uns! Nein! 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 Ja! So ist gut! So ist gut! So ist gut! Handbremse anlegen! Ja der bleibt nicht stehen! Doch! Ja doch jetzt! Oh mein Gott! Wir fahren nach oben! Jetzt gehts los! Ab geht die Post und die Party ab! Ey aber was glaubst du jetzt gehts da oben? Ja! Da unten kommen Looping! Wo ist Looping? Links unten! Ich seh's gerade zwei sogar! Oh nein! Okay was passiert jetzt? Jetzt sind wir glaube ich nach vorne geschoben oder so? Äh ja das Ding jetzt los! Jetzt fährt das Ding! Jaaa! Oh mein Gott! Funktioniert das hier? Ja das funktioniert! Okay! Meter für Meter hier! Ganz entspannt! Meter für Meter! Wackelt ganz schön! Das wackelt echt ganz schön muss ich sagen ne? Okay! Ganz schön doll! Ja und! 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 Angedockt! Angedockt! Und los! Jaaa! Jawoll! Und da siehste! Das steht da! Das steht in die Luft! Äh! Luft und feuchter! Keine Ahnung! Irgendwas! Luft! Ja stimmt! Jetzt ist es gerade noch grün! Ja du hast recht! Du hast recht! Solltest du auch hier aufpassen meine Kurve nicht zu schnell fahren! Das sieht waffelig aus irgendwie! Juhuuu! Juhuuu! Und weiter! Und hier gehts auch wieder weiter! Auch wieder sehr glücklich! Wow! Hey man nicht zu schnell! Wir haben nur eine Schamke! Nein 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 nein! Alles gut! Alles gut! Langfam hier wieder! Jetzt wackelt die Dings schon wieder! Oh jetzt ist es rot! Oh nein! Jetzt kannst du ja trotzdem fahren! Das ist ja egal! Meinst du? Alles gut? Ja ja! Das ist ja die Ampel! Ach so das ist die wackelige! Ah! Das ist so ne wackeliges Ding! So sehr gut! So und jetzt können wir ja schön! Oh mein Gott! Was steht da jetzt? Sieht aus dem Checkpoint! Ja stimmt! Stimmt! Das ist ja echt ein Checkpoint! Luftenfeuchter! Zwei! Fünf! Neun! Sechs! Oh mein Gott! So wollen wir da rein? Okay fahr rein! Fahr rein! Bleib sitzen! Okay! Sicher sitzen bleiben? Ja ich glaube ich muss warten bis das Ding aufgeht bis das Tor aufgeht! Okay 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 okay! Ist das ein Checkpoint hier vor uns? Ich glaube ja! Ja das ist ein Checkpoint! Das legust du auf wie wir warten! Das sieht richtig gut aus! So bleib sitzen! Und jetzt kriegen wir glaube ich... Oh! Was passiert hier? Hä? Was ist das? Was ist das? Ist das gut? Ich glaube nicht! Ich weiß es nicht! Wie ist das jetzt auch vorne? Licht rein! Hallo! Wir sind hier noch drinnen! Hallo! Oh nein! Ist das gut oder ist das schlecht? Wird das angesprüht unser Auto hier? Oh nein! Ich habe ein Abzeichen bekommen! Leiden! Leiden gewonnen! Oh nein! Nein! Sag nicht dass wir jetzt hier drauf gehen werden! Ey wehe Bro! Nein! Alles gut! Okay fahr durch! Ja! Jaaaa! Let's go! Jetzt haben wir hier den Checkpoint! Und den Rennwagen da vorne! Kein beschleunigende Bremse! Oh mein Gott! Jetzt kommen wir da voll! So! Rennwagen! Jetzt drücke ich voll auf Gas! Keine Beschleunigung geben! Oh mein Gott! Ich bin bereit! Du auch? Okay! Okay! Ich gebe Vollbeschleunigung! Gib Stulle! Mach nicht Vollbeschleunigung! Was hast du? Vollbeschleunigung! Kein Vollbeschleunigung! Wow! Alter es hat gut funktioniert! Wow! Was ist das denn? Wow! Hey! Weg da! Was machst du da? Wow! Man konnte doch nicht weiterfahren! Man konnte doch nicht weiterfahren! Okay! Warte mal lass! Zu zweit! Zu zweit in einem! Genau! Mach an! Hey! Ich fahre vorne! Ja warte! Hey! Oh! Oh ne! Jetzt fängt das Teil hier fest! Ich sitze doch drin! Okay warte! Ich schiebe weg! Oh Gott! Das geht gleich hoch! Du musst raussteigen! Ich weiß! Ich bin rausgesprungen! Ich bin rausgesprungen! Na gut! Na gut! Mussten wir die Weiche unten ändern oder sowas? Das weiß ich nicht! Ah! Ist der Generator an jetzt? Ja! Okay! Hier! Rennwagen spawnen! Und bamm! Okay! Bist du ready? Ich bin ready! Ich bin ready! Ja du musst, fahr du diesmal! Man muss nämlich! Ich glaube ich muss warten bis du fertig bist! Okay! Mal gucken! Du musst rückwärts wieder runterrutschen! Okay! Stimmt! Warte! Ich mach keine Bremsen! Ja! Ja! Und! Looping! Looping! Und rückwärts wieder runter! Ja! Oh mein Gott! Ich fahr zu schnell! Oh nein! Ich fahr runter! Du musst rückwärts! Nein! Ich weiß nicht ob die Weiche schon umgestellt ist! Wow! Ich weiß nicht Kasper ob die schon... Hä? Hä? Hilfe! Du stehst über den Kopf! Hilfe! Warte ich komm! Ich komm! Ich komm! Ich bin auf dem Weg! Was ist denn das jetzt? Ich glaub die Weiche war falsch umgestellt! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Oh Gott! Umstellen! Umstellen! Warte mal! Warte mal! Und umgestellt! Ja jetzt geht's glaube ich! Okay! Ja ich hab's! Ich hab's! Oh mein Gott! Ich komme! Juhuuu! Aber nicht so schnell! Wow! Nicht so schnell jetzt! Oh mein Gott! Das war ja so clean! Nicht schlecht! Das war eigentlich clean! Also sind wir jetzt Alter! Jetzt fahren wir in den Tunnel rein! Hä? Endlich in den Scary Tunnel vom Anfang! Oh mein Gott! Pass auf hier! Wackel! Dackel! Ich weiß! Wackel! Dackel! Übertrieben! Dackel! Tunnel öffnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey ich bin entgleist! Nein! Nicht dein Ernst! Ich bin entgleist! Pass auf! Oh mein Gott! 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 Wackeln! Ganz langsam! Oh mein Gott! Ich wackel ganz doll! Das sind diese Weichen! Du hast da so schnell rüber gefahren! Ja ja glaube ich! Diese Beulen! Explodiert es jetzt auch mal bitte! Ja ja! Kann uns mal abbauen! Wenn du weg gehst kann ich sogar schießen! Okay warte! Und los! Ja! Oh Gott! Oh nein! Jetzt explodiert es oder? Drei, zwei, eins! Na komm schon! Vorsichtig Kaspar! Okay! Ja! Bin ich drauf? Okay jetzt! Okay jetzt! Ganz langsam! Jetzt fahren wir hier mit 5k Barol! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Oh mein Gott! Gut das wir das grad hatten! Ja ja! Safe! Ich weiß noch nicht was das vielleicht kommen wird! Kann man hier Gas geben oder nicht? Ich trau mich grad noch nicht Gas geben! Würde ich auch nicht machen! Oh mein Gott! Wir hätten Gas gegeben! So kurz hier bremsen! Ja! Ja! Oh mein Gott! Wir sind raus! Lol! Das war echt ein Gruseltunnel! Das war echt voll der Gruseltunnel! So jetzt fahren wir hier entspannt der Rhino ganz entspannt lang! Ganz easy! Gar nix los! Ne ne? Ne alles gut! Alles entspannt hier bisher! Hui! So hier schön lang! Und dann hier einmal ganz kurz hochdüsen! Oh! 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 Oh mein Gott! Hier musst du wieder aufpassen in der Kurve dass du nicht zu schnell fährst! Ja! Ja! Sehr gut! Sehr gut! Oh mein Gott! Mach mal das schlau langsam oder schnell! Oh mein Gott! Mach lieber langsam oder schnell! Mach lieber langsam! Oh mein Gott! Wenn du jetzt runterfällst! Oh mein Gott! Wir sind so nah am Ende Leute! Oh! 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 Und hier die Hubel ja du hast recht! Wir sind die Hubel und wir fahren aber easy rüber! Oh nein! Wir fahren aber nix rüber! Oh nein! logged dia komm schon! Und jetzt musst du mit Vollstulle los! Mit voilukolle los! Glaubst du? Ich glaube wir muss nur Goddo's timeen! Nein! Ganz schnell! Du musst das ganz schnell fahren da! Ich muss das timen glaube ich doch nicht! Jetzt sollst wolle! Jetzt! jetzt! Time! Mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind fast knapp! Wir sind im Verkehr drin! Hinter uns sind welche, vor uns sind welche, wir dürfen nicht zu schnell ranfahren, die sind echt so langsam, das heißt alles entspannt, die fallen sogar runter, sehe ich gerade, alles cool, wenn die zu schnell fahren oder was, ja ich glaube schon, alles cool, alles entspannt, wir fahren hier easy peasy, wir sind einfach, was ist los, ich kann nicht mehr fahren, was ist das denn jetzt, er fährt nicht, 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 er fährt Oh Gott, wir sind hier auf jeden Fall an irgendeinem richtig guter Ort. Okay, okay, lass mal schnell abbauen hier, ich mag das gar nicht, das sieht so gruselig aus hier. Okay, pass auf, ich würde sagen, nur mal die hintere Karre, ich nehme die vordere. Okay, ja, mach ich. Oh, hier kann man zu zweit drin sitzen, komm hierher. Hier ist zu zweit, ja, hier ist zu zweit. Okay, okay, setz dich rein hier, geht das? Okay, sitzt drin, Kaspar. Okay, pass auf, ich drücke jetzt auf nach vorne und bist du bereit, jetzt muss ich nur noch auf Gas drücken. Okay, mach mal. Und voll Gas. Oh mein Gott, oh mein Gott, guck mal hier links. Was ist das denn da für eine Hand? Guck mal hier links, was ist das für ein Gruselgesicht da auf einmal? Oh stimmt, aber guck mal auf vorne bei unserem Kart. Oh warte mal. Das sieht auch gruselig aus, ne? Was passiert dann eigentlich? Warte mal, erst muss ich mir vor dem Gas gehen. So, ich kann hier auf... Du kannst das aussehen, glaube ich. Guck mal, jetzt habe ich auf Stop gedrückt. Jetzt habe ich auf... Oh, der geht automatisch weiter. Hä? Hier stimmt was nicht mit dem Kart, glaube ich. Oder wieso geht es automatisch weiter? Oh, guck mal hinten, da war ganz Skelett zu sehen hinten auf unserem... Wirst du das? Nee, ich sehe kein Skelett. Das kommt ab und zu alle paar Sekunden. Ah, da, ja stimmt, stimmt, stimmt. Oh, das sieht echt voll krass aus. Also, was ist das hier für eine Achterbahn, sag mal? Oh, oh. Oh nein. Siehst du, wo wir da gerade hinfahren? Wir fahren gleich irgendwo in... Oh mein Gott, wir fahren in die Halte rein? Gehört das noch zur Show? Oh, wo geht es hin jetzt? Oh mein Gott, was? Alter, die gucken uns an. Ich sehe dich, hat er gerade gesagt. Hast du es gehört? Ja. Oh mein Gott, wie groß ist das denn? Alter, die gucken uns die ganze Zeit an, oder was? So, zu meiner rechten sehen sie große Augen. Also nein, fahr weiter. Und zur linken sehen sie ein großes blaues Auge. Okay, wir fahren weiter. Also wirklich. Wir fahren weiter. Hier wollen wir auf gar kein Fall stehen bleiben. Okay, komm, wir fahren weiter. Oh, was ist hier? Äh, okay. Wow! Nein! Was geht jetzt los? Hörst du das? Ja, natürlich. Wieso ist das so was laut? Oh mein Gott. Wo fahren wir? Was ist das für ein Grusel aus? Gast, war das so laut? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gar nichts. Hier geht es in den Karnival rein, oder so. Alter. Hey, hey, hey. Jimbo, hau ab! Alter. Was hat das denn für ein Bild da gemacht? Komm, schreit der so? Es ist so übel laut, Alter. Ich halte es kaum aus. Ich auch nicht. Hä, wieso ist das so mega laut, alles? Warum klopft der Clown uns so an? Weil der uns auffressen will, oder so. Sag mal, Roxy, ich glaube, wir sind dir gar nicht mehr sicher. Nee, echt nicht. Der mit seinen Regenbogenzähnen. Nee, aber kein Zahnarzt, oder was? Hä, da unten läuft eine. Wieso das? Nee, wo? Nee, du, der von eben. Hinter dem. Da siehst du das? Die läuft da. Aber das stimmt. Die läuft einfach da hinten auf der Bahn. Was wird gleich da oben passieren? Mir ist schon klar, was passiert, wenn man bei einer Achterbahn hochfährt, ne? Da geht es auch wieder runter. Ja. Ich weiß. Das heißt, es geht ja irgendwo auch steil runter, glaube ich. Ich sehe auch gerade, glaube ich, ungefähr, wo es runter geht. Oder? Da hinten, oder was? Ja, und zwar jetzt gleich da hier. Oh, der Gruselclown. So, jetzt hier vorsichtig über ihn rüber. Und, warte mal. Okay, ich spuck nochmal drauf. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, wie schnell sind wir? 5.000 kmh, oder was? Oh mein Gott. Alter. Oh, voll abgebremst hier. Nein, wir müssen wieder neben vorbei und du hast auf ihn gespuckt. Nein. Oh Gott. Ich meine, das ist nicht so. Alles gut. Ich wollte gar nicht, die Zähne sind schön. Ja. Hä? Okay, was glaubst du, wo wir gleich hingehen? Guck mal, hier links ist der Luftballon. Es ist einfach S. Stimmt. Es ist S. Hallo Georgie. Georgie. Ja, und da ist ein Mond dahinter. Was macht ein Mond denn dahinter? Wo siehst du einen Mond? Wo gehen wir jetzt hin? Hä? Wow. Siren Head. Siren Head. Digga, was ist das für eine wilde Achterbahn? Mal ganz im Ernst. Und hier hängt einfach einer. Hallo, ich mach das besser als sonst wo. Ja. Siren Heads. Oh mein Gott. Oh, die bewegen sich. Oh mein Gott. Bewegen die sich echt? Ein Dinosaurier. Oh mein Gott. Stimmt, aber der kann uns nichts. Der sieht auf. Der ist ja sofort abgebissen beim Dino. Weißt du, der kann... Nein! Wo gehst du hier? Nein! Oh mein Gott, wir sind ja durch die gefahren. Hast du diese Kälte gerade auch gespürt? Ja, war gerade ganz, ganz kalt. Ich auch, ohne Spaß. Hier steht, wir haben die Hälfte geschafft. Warte mal, guck mal hier. Ja. Oh. Nicht berühren. Sonst kommen wir wieder zum Anfang. Oder was steht da? Hier vorne, komm, lass uns nicht berühren. Nicht berühren, sonst geht es zum Anfang. Lass hier mal die Bankart holen. Okay, ja. Warte mal, ich glaube, hier ist wieder ein doppeltes. Lass mal ein doppeltes holen, okay? Nee. Okay, dann müssen wir uns zwei holen. Dann müssen wir uns zwei hintereinander holen. Komm, geht doch auf. Also, ich sitze jetzt drin. Ja, du musst auf nach vorne drücken und dann auf Gas. Wow, jetzt, passt da. Oh mein Gott, Baldi. Da ist Baldi vor uns. Guck mal. Stimmt, Baldi, ja, Mann. Und guck mal, da rechts ein Baby-Ekel-Gesicht. Was ist das da? Oh mein Gott, ich bin gerade fast rausgefallen hier. Guck mal, ich bin gerade fast rausgefallen hier. Warum guckt er uns so an? Keine Frage, das sieht auf jeden Fall. Hey, fahr vorwärts jetzt. Also, hier geht irgendwie auch die Sonne so komisch unter. Ja, es ist ziemlich, ziemlich. Nein. Oh mein Gott, ich bin fast runtergefallen gerade. Ich bin hier fast runtergefallen. Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Siehst du, was ich sehe? Nein. Oh mein Gott. Was war das denn? Es sah so aus, was wir da. Hast du was gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich habe was gesehen. Was hast du gesehen? Ey. Sag mal. Der hat aber nicht mehr so viel Wasser in sich. Hä? Siehst du nicht die Jumpscares? Nein, nein. Siehst du die? Ja. Ne, ich sehe die nicht. Ich sehe die nicht. Also, bei mir ist alles... Das war gerade Spongebob. Ganz komisches Gesicht. Okay, bei mir ist alles gut bisher. Ey, der guckt mich voll komisch an. Ich auch. Mich auch. Mich auch. Oh Gott, ich muss hier mitlaufen, sonst fall ich raus. Ja. Oh mein Gott. Sag mal, ich bin hier irgendwie nicht... Das Ding ist hier nicht festgemacht worden bei mir. Du kannst mal nicht rausfallen hier. Sag mal, ich will hier gleich raus. Wenn du hier rauskommst, du musst nur bis zum oben, bis zum roten Portal durchhalten. Okay, ich hoffe es. Dass ich jetzt hier nicht immer rausfall. Wenn du nicht rausfall, du darfst nicht hier rausfallen jetzt. Okay, alles gut. Sieht ja ganz gut aus. Also, wie so Spongebob so komisch aussieht, weiß ich auch nicht. Er sieht aus, als hätte er Hunger. Ja, er sieht auch aus, als ob er Hunger hat. Das ist auch Spongebob. Ja, Spongebob. Ja, man kennt ihn. Oh Gott. Okay, jetzt ins Portal rein, oder was? Ich weiß jetzt nicht, wobei durchgehen kann. Oh Gott, ich fall schon wieder fast raus. Mann, ey. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los? Wie ist denn das? Mein Kart hängt fest. Nein. Jetzt hier ganz kurz vorm Ende. Ja, ja, ja. Komm. Die Lenden, du bist voll schräg. Deine Kart ist voll schräg. Ich glaube, du musst aussteigen, Bro. Bro, deine Kart ist weg. Nein. Lauf. 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 Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh mein Gott, komm, wir müssen den Rest laufen. Bro, es geht nicht anders. Fall nicht runter. Fall bloß nicht runter, Kaspar. Wir sind inmitten eines Wirbelsturms. Hast du das gesehen? Du darfst nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Oh, ich bin vor dir am Ziel. Ich will die nur noch raus. Ja, die haben auch einfach... War die weg? Ich weiß auch nicht, wieso. Voll blöd. Ich will nur raus. Oh mein Gott. Egal, es sei so wild. Wir können ja auch... Oh Gott. Meinst du, wir können abkürzen? Wir sind gerade in einem Tonado. In einem Feuertonado. Ja, meine ich doch. Wir sind im Auge des Sturms. Oh Gott, ey. Bloß nicht runterfallen hier. Meinst du, wir können in der Mitte der Spur gehen? Nee, probier es nicht aus. Okay, lieber nicht. Oh mein Gott, wie gruselig. Oh Gott. Hier ist so viel Feuer. Was ist so heiß hier drin? Oh, ich sag's dir. Einfach ein Feuertornado. Also heute habe ich echt alles gesehen. Ja, heute habe ich auch recht alles gesehen. Oh mein Gott, das ist wirklich. Du bist voll schnell. Was meinst du? Du bist voll schnell. Ja, ich laufe auch einfach durch. Hier, okay. Okay, warte mal. Ich bin jetzt hier am Ende vom Tornado. Ich warte jetzt hier auf dich. Ja, warte mal auf mich. Ich komme hier auch gleich. Ich traue mich halt so ein bisschen. Ich habe Höhenangst. Warum fühlen wir denn so lange? Ich habe Höhenangst. Ja, es läge ich schon gerade. Ich kann das nicht so schnell. So, wollen wir durchgehen oder was? Okay. Rein hier. Oh mein Gott. Einfach ins Ungewisse und. Oh Gott. Was ist das denn? Da rechts sind die Spongebob's. Wer ist das denn? Oh mein Gott, die sieht gar nicht nett aus. Sieht echt nicht nett aus. Die sieht gar nicht nett aus. Jetzt müssen wir hier noch langlaufen oder was? Ach nee. Mann. Nein. 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 Ich bin runtergefallen. Brox, du springe auch runter. Springe auch runter. Ey, jetzt sind wir wieder am Anfang. Mann, ey. Jetzt sind wir einfach wieder hier vorn. Aber lass mal gucken. Vielleicht können wir hier noch was cooles machen. Alter, sind wir einfach in die Hölle gefallen. Hier kann man sich VIP kaufen und so. Ich kam da gar nicht rein. Du bist in den Bereich alleine reingekommen. Hä, mach dich mal als so eine Banane. Dann kannst du auch die Leute erschrecken, ne? Wie? Ich bin jetzt hier. Guck mal. Ah. Oh mein Gott. Brox, wo bist du? Oh mein Gott. Wie gut siehst du. Ich bin eine Banane. Lass mich. Lass mich. Kann aber nichts anderes werden. Ich bin die böse Banane. Du musst die Banane erst loswerden. Oh, oh mein Gott. Okay, schnell den Wagen und weg. Weg hier. Ah, nein. 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 Oh. Was geht ab? Was geht ab? Guck mal, hier sind voll viele Pakete. Oh, die müssen wir wegbringen. Oh, okay, okay, okay. Hier steht auch, warte mal, der Anfang. Drop-off Pakete an den Lieferpunkten erreicht das Ende, um deine Punktzahl zu erhöhen. Was? Aber die Straßen sind gruselig. Sei vorsichtig. Okay, dann, warte mal, hier können wir uns natürlich eine Karte erholen. Ja, jeder eins oder zusammen eins? Wir können zusammen eins. Komm rein hier. Zusammen eins? Pack du das Paket drauf. Pack du das Paket drauf. Okay, warte, warte, ich packe ein Paket drauf. Kann ich hier das Paket drauf? Nee, ich glaube, wir müssen durch. Ah, durchfallen. Okay, wir fahren durch. Warte mal, lass Pakete an Pumpen mit diesen Fallen und Pumpen zusammen. Ah, müssen wir wieder zurückbringen? Nee, wir müssen durchfallen. Komm, steig ein hier. Wir müssen hin. Okay, ich steige auf. Ich steige auf. Okay, Paket Nummero eins. Schau mal, wir machen Bettel gegen links neben uns. Stimmt. Oh mein Gott. Herr Bruder, was war denn da los? Was war denn da los? Nochmal. Ich habe gar nichts gemacht. Das war ja das Ding. Okay, jetzt hier. Los geht's. Sehr gut. Ja, guck mal, das ist auch viel leichter. Es ist ja viel einfacher. Guck doch mal, mein Weg da unten. Ich gucke, wenn ich hier lenken muss und so. Du musst lenken. Du musst hier richtig krass lenken. Dip. Da steht dip. Achtung. Oh Gott. Wow. Alter. Was soll das denn? Okay, warte. Okay, jetzt habe ich die Idee. Das Problem ist, bei meinen Sachen müssen wir halt auf jeden Fall auch so unser Tempo reduzieren. Ich glaube, das ist auch. Lass mich mal wieder fahren, ja? Genau, dann fahr du mal. Das heißt, du musst auf jeden Fall, wenn du so dip oder so steht, musst du auf jeden Fall langsam fahren. Ah, okay. Du hast ja gerade gesehen, wie wir entgleist sind. Ah, lol. Okay, ich sehe auch gerade, wenn man das bleibt, das hält sozusagen dann die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt hier S drücke, jetzt wird es langsam, wenn ich W tippe, jetzt drücke ich einmal und dann hält er das sozusagen. Okay, dann fahren wir ein bisschen schneller hier. Wir wollen auf jeden Fall noch ein paar mehr Pakete abholen. Das ist ja gut, das ist ja gut. Vollgas. Vollgas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Langsam, langsam, langsam. Oh Gott, gut, das habe ich noch richtig reingebremst da. Ja, alles gut. Weiter, weiter, weiter. Das ist richtig cool, ne? Oh, da ist schon das Nächste. Sammel ein, sammel ein. Dip, 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 dip. Achtung, dip, 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 dip. Und nächster Pakete hin drauf. Oh, wow. Oh, ey, warte mal, die Weiche. Nein, wir müssen die richtig einstellen. Slow, slow, slow. Oh mein Gott, nein. Ja. Nein. Jetzt, jetzt. Alter, das war gerade so knapp, ne? Okay, okay, ich drücke Volldampf. Ich mache Volldampf. Nicht Volldampf. Nicht Volldampf? Leichtes Volldampf, leichtes Volldampf. Aber nicht Vollvolldampf. Ich mache nicht schneller als so. Alter, da oben sind das so Autos, so Paketautos. Ein bisschen schneller kannst du noch machen. Bis max, ja, oder so, ja. Bis max, 15 ist max Speed. So, hier, dip, dip, dip. Das heißt, wir haben gleich noch ein Paket hin drauf und denk dran. Je mehr Paket wir noch drauf haben, umso mehr Punkte. Umso schwerer wird doch unser Kart, ne? Oh, 20 ist vielleicht ein bisschen zu schnell hier für diese Strecke, würde ich sagen. Einmal, zwei, fünf, fünf. Ja, lieber so. Okay, so, Alter, drei Stück haben wir jetzt hinten schon draufgeladen. Ähm, okay. Ey, guck mal, die Strecke da hinten, diese krasse Wallride da hinten. Siehst du das links? Alter, das dreht sich sogar da hinten. Hinter uns jetzt. Hinter uns jetzt, diese krasse Strecke nach unten, gerade nach unten. Oh mein Gott, okay. Wie soll man da denn unterkommen? Was macht denn der da? Ja, ja. Ach, diese Wörter gefallen. Oh mein Gott. Ey, die haben voll Wappelge... Das waren die von eben, ne? So, okay, schaffst du es? Ja, wir haben noch ein Paket. Ja, ja, das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Ey, da oben ist schon die Plattform, wo wir das hinbringen müssen, glaube ich, ne? Ja, kriegst du es hin? Hm, ja, ja, ja. Okay, sehr gut. Kein Problem. Und dann jetzt hier schön wieder rüberdüsen. Weiter hier, schön weiter. Oh. Ich sehe gerade, ich sehe irgendwo mal so eine Pakstation, äh, Pakstation, ja, die müsste da oben gleich kommen, ne? Ja, oder? Die kommt direkt vor uns nämlich gleich, oder? Ja, 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 da kommt die gleich. Oh mein Gott. Letzte Kurve, jetzt bloß nicht noch draufgehen hier. Jetzt, äh, oh Gott. Deswegen, da steht Achtung durch. Schnell. Steht da, schnell. Schnell? Warte mal. Dann wird schnell durch. Pass auf, könnten wir jetzt nicht? Ne, okay. Nach Fullspeed, Kaspar. Okay, Fullspeed. Das steht schnell. Schneller geht nicht. Gib ihm. Oh, ja. Es hat funktioniert, es hat funktioniert. Oh, die ganzen Pakete. Oh mein Gott. Die ganzen Pakete, Alter. Ey, hinter uns kommt ein Auto. Jetzt, nein. Hinter uns kommt ein Postauto. Deswegen schnell, ja, deswegen schnell. Oh Gott. Achtung, das ist die Paketpolizei. Ja, okay, was sieht aus jetzt, ja? Langsam, 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 langsam. Langsam, langsam, langsam. Oh mein Gott. Nein, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein, dass wir jetzt einen Meter vorm Ziel da jetzt so draufgegangen sind. Da bin ich. Langsamer, langsamer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gut, Kaspar. Ja, das ist gut. Ich mach das hier schön langsam. Wir kommen auf die Kanonen rechts von uns, die schießen auf uns. Oh Gott, ich sehe es gerade. Ich gebe jetzt schon mal Gummi. Ja, ja, gib schon mal Volldampf. Weg das Nächste. Okay, weiter geht's. Oh, hier. Das ist gerade mal mein erstes Paket. Da schießt ich auf dich. Nein. Oh mein Gott. Ey. Na, was machst du? Warum wartest du denn nicht auf mich? Warum bleibst du denn stehen? Das ging nicht. Ja, natürlich. Du bist ja stehen geblieben. Du konntest dich Gas geben. So, holen wir uns das Ding mal. Du hast jetzt mit. Und lass dir das den das jetzt nehmen. Ich fahr das hier. Apfelkopf, komm mit mir mit. Lass ihn einsteigen. Lass ihn einsteigen. Komm, Apfelkopf, egal. Der muss ein eigenes Ding nehmen. Ich klau ihm jetzt ein Ding. Ich hab eins geklaut. Oh, weiter geht's. Der ist eingestiegen. Okay, er steigt wieder aus. Oh mein Gott, Alter. Oh Gott, wow. Komm, komm, komm. Gas, Gas, Gas. Ja, wieder Volldampf. Volldampf, Volldampf, Volldampf. Ich bin im Verkehr drin, Kaspar. Ja, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles ist gut. Bei mir auch alles in Ordnung. Alles ist gut. Ich fahr direkt hinter so'n Ding. Ich fahr direkt hinter so'n Ding. Okay, okay, bei mir auch. Pass, pass, pass. Oh nein, welche Weiche, welche Weiche. Ja, erstmal aus dem Verkehr raus. Sehr gut. Welche Weiche hast du genommen? Welche Weiche hast du genommen? Geradeaus musst du. Du musst geradeaus. Okay, ich hoffe, dass ich auch das Richtige dann hab. So, ich bin im Verkehr drin. Geradeaus. Ja, geradeaus. Ich hab links genommen. Ist auch richtig. Ich wollte dich nur veräffeln. Als ob, Alter. Ist auch richtig. Ey, Abstand! Mach ruhig, Bro. Mach ruhig. Boah, hast du mehr Paket als ich. Ich fahr über grün. Ich fahr... Nein! Gas! Oh mein Gott, Alter! Ich hab's einfach noch geschafft. Ich fahr über Rot. Ich fahr über Rot. Ich fahr über Rot. Mach nicht. Mach ich. Ne, egal. Gangster! Ey, du willst nicht wissen, wer da oben steht. Du willst nicht wissen, wer da oben steht. Wer steht da? Armstrong, den wir am Anfang schon gesehen haben. Der Apfel, Mann, hinter mir. Und nein. Ich seh es. Ne, ist noch grün. Ist noch grün. Bremsen. Langsam, langsam. Papa, das ist ein Boller. Oh mein Gott. Das war gerade echt. Das wäre jetzt... Das hätte mir echt gerade das Leben gekostet. Oh, Ampel. Guck, Apfel, Mann. Der schafft es nicht. Er drückt noch Feuer. Ha! Apfel, Mann! Geht doch gar... Er ist runtergefallen. Okay, jetzt hab ich keinen Druck mehr hinter mir. Was macht denn Armstrong da? Wieso? Der soll mal weggehen. Armstrong? Armstrong? Der steht jetzt den ganzen Weg oder so, ne? Hä? Wo ist der Weg? Warte kurz, warte kurz. Brems, 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 brems. Hier muss man irgendwas machen. Okay, der Track ist weg. Was müssen wir hier machen? Ähm... Sind wir falsch gefahren? Äh, nein. Ach, ist es ein unsichtbarer Track? Oder? Es ist ein unsichtbarer Track. Guck mal, das ist ein Paket. Das schwebt da auch. Sag es nicht, oder? Oh, mein Gott, ja! Ja! Oh, mein Gott! Okay, okay. Dann gehen wir ein bisschen Stulle jetzt hier, ne? Ja, lieber nicht so schnell. Lieber nicht so schnell. Hier kann man auch nicht so schnell. Mach doch nicht so eine Pakete. Geschwindigkeitsbarmes. Komm, jetzt hier Unsichtbare. Pass auf! Okay, okay. Ja. Oh. Die werden dich schon jetzt antun mit der Geschwindigkeit. Oh, ho, 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 ho. Alles gut. Alter, bist du so langsam, Bro. Ja, ich mach hier, ich mach hier den langsamen. So, okay, jetzt aber. Da kommt Armstrong. Armstrong ist wieder ein paar. Oh nein, ich seh jetzt noch Volldampf weg. Mit Power, mit Power. Oh, Volldampf! Ich hab Gummi, ich geb Stunden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier, weiter. Oh, mein Gott, was kommt da hinten noch? Da kommt so eine krasse Achterbahn noch da hinten. Oha, okay, okay, okay. Ist das so hoch, ein Looping, oder was? Ich bin direkt hinter dir. Okay, jetzt aber Volldampf, Volldampf. Ich bin ein bisschen schneller jetzt gerade von mir, muss ich sagen. Oha, Volldampf! Voll Speed, Leute! Oh, mein Gott, 70, 70, 70, 70. Komm schon, Achtung, 60. Oh, mein Gott. Hier hast du crashed, hier hast du crashed, pass auf. Nein! Ja, ja. Bro. Ich war langsamer. So, komm schnell, Apfelkopp ist vor. Ja, los geht's hier, Abflug. Warte, warte, nimm du da, ich nimm anderes. Okay, okay, okay. So, hier schön. Weg da. Er hat aber geschrieben, er ist Abonnenten auf Ehre, korrekt. Korrekt, das ist korrekt, okay. Okay, ich bin jetzt direkt hinter dir, ne? Und los geht's. Okay. 100, 200, oh Gott, oh Gott, schnell, schnell, schnell. Okay. Ich kann, warte mal. Oh, mein Gott. Kann ich was machen? Oh, mein Gott. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Was machst du, was machst du? Nein. Oh, mein Gott, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich bin Vollspeed. Ja! Oh, mein Gott. Okay, ich hab's, ich hab's. Du musst da jetzt, ja, 80, 80 brauchst du, 80 brauchst du. Musst du doch Speed haben, ne? 80, 80. Oh Gott, oh Gott. 4. Nein! Okay, okay, langsam. Hey, Mann. Was passiert? Ja, das verrate ich dir jetzt nicht, damit du auch drauf gehst. Was ist da passiert? Sag ich dir nicht. Was ist denn da passiert? Was ist was passiert auf einmal? Hey, was denn? Ist nichts passiert. Bei dir nicht? Okay, bei mir schon, ja. Ich kann ganz normal fahren. Okay, ja, bei mir kam auf einmal ein Auto. Ach, nein. Ja, ja, ein schwarzes Auto kam auf einmal. Von hier hat mich einfach gerammt. Ja. Einmal aus dem Nichts. Ey, Mann, so ein Assi. Hier vorne. Ich komm gut durch. Ich komm gut durch gerade. Mann, nein. Ich komm hier gar nicht durch. Ich seh auch gerade die Autos. Nein. Ey, das ist hier so ein Assi. Ja, jetzt aber. Jetzt hast du das. Das hast du davon. Hier sind so viele Autos. Und Armstrong natürlich wieder. Soll mal abhauen, Armstrong. Gib Gummispringen. Juhu. Ey, der Armstrong, der will mich trollen. Alter, Kasper, komm her. Ey, Alter. Ja, ich überspring, ich überspring. So. Nicht überspringen, komm schon her. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Die trollen mich hier. Nicht überspringen. Ich hab übersprungen. Ich hab übersprungen. Och, das ist das Ende hier. Loi. Was? Sehr gut. Wir haben's geschafft, um den Zuhörern zum Start zu gehen. Alter. Sehr cool. Guck mal, das passt. Ey, nächstes Mal können wir noch die anderen Wege nehmen. Freunde, ich muss überspringen. Ey, wenn ihr wollt, dass wir noch ein Zweifel machen, dann lasst ein Like und noch ein Abo da. Folgt mir gerne auf Instagram. Da antworte ich einfach jedem. Also, wenn ihr mal mit mir schreiben wollt, gerne auf Instagram. Link dazu in der Videobeschreibung. Tut mir den Gefallen. Tschüss von meinen Videos aus. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.